Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Layers of Fear. Ja, ich weiß gar nicht warum ich hier so fröhlich bin, weil das Spiel eigentlich fucking ernst ist. Ich scheiß mich hier mega ans Bein bei diesem Spiel, aber scheißegal, ich hab da auch... Alter, was flüstert diese verfickte Wand? Irgendwas ist hier los und irgendwie haben wir hier auch so eine Bildcollage gerade, fällt mir auf. Und ja, auf jeden Fall gab es jetzt gerade hier ganz kurz ein Update, als ich das Spiel eingeschaltet habe. Und da haben die gesagt, hier neues Update, kann sein, dass du beim anderen Kontrollpunkt anfängst. Scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Aber Mensch, geil, die haben irgendwas geupdatet. Äh, voll, voll geil. Was mich aber gewundert hat an der ganzen Sache... Wow. Da stand... Das Spiel ist auf mehreren Wegen abzuschließen. Fuck. Das Spiel ist, äh, ja, unterschiedlich zu beenden. Und das ist ganz nach der Regel, wie man halt... Alter, ich bin gerade voll überfordert von diesen ganzen Reizen, die dieses Spiel hier ausübt. Ähm... Alter. Junge, die Musik passt mal gar nicht hierzu. Weckt euch. Ohne Scheiß. Äh, ja. Auf jeden Fall kommt drauf an, was wir für Notizen lesen, welchen Weg wir wählen, welche Tür wir öffnen. Und dementsprechend wird auch das Spiel anders ausgehen. So, oder es werden halt kleine Sachen sich ändern. Oh, nettes Bild. Quälende Imitatoren. Klopf, klopf, klopf. Ich lasse hier nicht rein, nur Kleider hinterlassen. Ja, sehr geil. Was ist denn da hier drauf? Ähm... Schön. Ist ein bisschen strange, aber gut. What the fuck? What the fuck? Ist das widerlich, Alter. Das ist eine Puppe auf Menschengröße, oder was? Ja, jetzt komme ich mir vor wie im Verhör. Alter Schwede, dieses Spiel... Es ist so ab... Alter. Kreative Blockade. Halt die Fresse, ey. Die ist überhaupt nicht kreativ. Oh mein Gott. Bitte nicht wieder so ein Scheiß, Alter. Krass. Wow. Einfach dieser Moment... Das man denkt... Es geht gar nicht mehr weiter. Oh, fick... Fickt euch! Alter, diese Puppe. Oh mein Gott. Man will sich hier gar nicht mehr umdrehen. Was sagst du denn dazu, du Gaylord, Alter? Har... Har... Nichts gegen Schwule. Aber... Meine Ausdrucksweise war jetzt auch gerade ein bisschen komisch. Mit verfickt und dies und das. Aber ja. Ihr kennt das ja. Ja. Da halte ich kein Blatt vor dem Mund. Ich bin nicht schwulenfeindlich. So ist es nicht gemeint. Juni. Vergiss nicht. 9. Juni. Okay. Trotzdem siehst du gay aus. Das ist doch voll, Alter. Das ist doch nicht unsere Frau, oder? Ich sehe da einen leichten Bartwuchs. Und wir fangen wieder an zu wippen. Eigentlich durchgehend. Ach Mensch, nimm doch mal die Sonnenbrille mit. Oder die Lampe. Die surrt hier so extrem. Oh, scheiße. Hallo. Einfach mal die Lampe ausgemacht, Alter. Ich habe mega Schiss. Oh, oh, oh. Ja, und auf jeden Fall habe ich mal, äh, mich ein bisschen schlau gelesen wegen diesen scheiß Steam-Erfolgen. Ich habe... Oh, Mann. Ja, oh, oh, oh. Ich habe, äh, keine Lust mehr auf diese Einblendungen gehabt. Weshalb ich die eventuell ausgeschaltet habe. Ich hoffe, es hat funktioniert. Ach, und hier ist unser Balkon. Schön. 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 Ja, wir sind ja, wir sind ja an sich freudig dabei, noch unseren Adventskalender zu füllen. Wir suchen ja so nach so verrückten Sachen für die Leute, die jetzt erst jetzt eingeschaltet haben. Es geht ja irgendwie darum, dass wir halt bestimmte Sachen finden, die halt voll verrückt sind. Irgendwie so Hautfetzen haben wir anscheinend abgeschnitten. Ich weiß nicht genau, ob wir es konkret wir selbst waren. Also unsere Person hier. Abgeschlossen. Boah. Puh, okay. Alter. Okay, gerade bei den Treppen wippt er extremst. Wir bräuchten ja auch eigentlich einen G-Stock, unser Typ. Deswegen auch das Wippen. Alter. Das ist ein schönes Bild. Scary as fuck. Und ja, was haben wir noch gefunden? Irgendwie so ein Gefäß, wo dann Blut von uns selbst drin ist, weil wir ja das irgendwie mit so einem Schlauch. Schönes Bild. Jo. Irgend so ein Bild mit solchen Generälen oder keine Ahnung. Ja, irgendwie Blut von uns selbst war das letzte Bild. Ey, was für ein Bild. Gegenstand, genau. Und wir brauchen insgesamt, glaube ich, sechs. Und das ist hier dann so... War die Leiter davor hier schon auch? Wir können tatsächlich die Leiter hoch. Und ich habe da links ein Zettelchen gesehen. Alter, bitte. Boah, ist das eklig, wenn jetzt rechts irgendwas gewesen wäre. So, kommen wir da jetzt an. Ja, und ich denke mal, das ist so die Hauptaufgabe hier. Na, was haben wir denn hier? Einen Schlüssel. Achso. Ja, das hätten wir so oder so machen müssen. Äh. Ja. Gut. Boah, ist das nebelig hier. Mann, Mann, Mann. Peter. Peter. Sei ruhig. Alter. Alter. Alter, ist das eklig. Ist das eklig. Hörst du damit auf? Ey Sollen wir die Nachricht jetzt wirklich so lesen? Sehr geehrter Herr Es gibt was zu lesen Sehr geehrter Herr Wenn ich ehrlich sein soll Kann ich nicht gerade behaupten Dass ich mich ihrer Schreiben überrascht habe Mehrere Kollegen hatten sich Alter das ist doch mega nervig Alter nee das lese ich jetzt nicht Scheiß What the fuck Alter okay Ne das lesen wir nicht aus Protest Find ich halt Wow Alter Ich erschrecke mich hier gerade Voll selbst Mit irgend so nem Scheiß Ey Sei ruhig Das ist aber auch Oh mein Gott Mach den Scheiß aus alter Das ist echt unser Lieblingsbild Hab ich hier mit den fruchtigen Lippen Wer ist das hier? Gudrun Hallo Mach den Scheiß kaputt Okay wir rennen einfach weiter Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß Es ist so derbs laut ey Warte mal hier waren wir doch schon Mach dieses verdammte Telefon aus Okay Ähm So langsam hab ich das Gefühl Wir bewegen uns Im Kreis Ich denk wir sollten einfach mal rückwärts laufen Das ist vielleicht Ganz nett Aha Irgendwas war jetzt anders Sei doch mal ruhig jetzt Äh Oh Junge Es reicht mit deinem Scheiß Telefon Yes Speaker Was yes Speaker Was sagt der da eigentlich die ganze Zeit? Was sind das hier für Verängstigte und Sieht aus wie Herr Hirsch von Rusty Lake Hotel Schön Äh War es das jetzt endlich mal? Die Stelle hat mich echt angekotzt So jetzt können wir mal in Ruhe lesen Pass auf wir machen das jetzt Sehr geehrter Herr Wenn ich ehrlich sein soll Kann ich nicht gerade behaupten Dass mich ihr Schreiben überrascht hat Mehrere Kollegen Hat mich bereits darüber informiert Dass sie zuvor deren Meinung in dieser Angelegenheit hören wollten Und während es vollkommen nachvollziehbar ist Dass Patienten eine zweite Meinung einholen Möchte ich doch meinen Dass 16 übereinkommende Meinungen ausreichend wären Dennoch bin ich aus Respekt ihrer Frau Und ihnen gegenüber Den Fall noch einmal sorgsam durchgegangen Und leider stimme ich mit meinem Kollegen überein Unwillkürliche Muskel Spasmen Sind bei Patienten Die so starke Verbrennungen erlitten haben Wie ihre Frau Nicht unüblich Was sie als abartiges Grinsen Nämlich der Joker Oder Ennervierendes Ennervierendes Kleffen Beschrieben haben Wobei viele diese Ausdrücke verletzend fänden Könnte in der Tat eine Manifestation Eines Nervenschadens darstellen Die anderen Symptome Die sie erwähnten Scheinen keinen psychologischen Ursprung zu haben Sondern erscheinen eher psychologischer Natur Traumatische Ereignisse Können zu schweren Stresssymptomen führen Was nichts ist Wofür man sich schämen sollte Okay Bezüglich ihrer Aufforderung an uns Ihre Frau Wieder hinzukriegen Müssen sie begreifen Dass die Dinge Die sie durchgemacht hat Nicht einfach durch einen simplen medizinischen Eingriff Rückgängig gemacht werden können Es ist ein langer Beschwerlicher Prozess Der all ihre Stärke Und Unterstützung Erfordert Sollten sie den Wunsch haben Eine Langzeitrehabilitationsplan Mit mir zu besprechen Dürfen sie gerne Meine Kollegen Oder mich Kontaktieren Hochachtungsvoll Dr. Madison Robert Richards Noch so ein verdammter Quacksalber Glaube ich auch Ja Zur Risiken Und Nebenwirkungen Fragen sie ihren Arzt Oder Apotheker Schön Hat uns weitergebracht Also irgendwie hat unsere Frau Die ist ein bisschen komisch Habe ich das Gefühl Okay Restless Okay Nicht ruhende Erinnerungen Steht da Für die Leute Die keinen Bock auf Englisch haben Ruhelose Andenken Okay So kann man es auch übersetzen Natürlich Oh Fuck 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 Ist das euer Ernst Ist das euer Ernst Alter Da will ich nicht rein Da will ich nicht rein Okay Unsere Frau Ist Widerlich Ich will Ich will hier weg Alter Unsere Frau ist mal richtig eklig Ich glaube es ist unsere Frau Ey Mach nicht die Tür zu Versteck dich nicht hinter der Tür Ey Der Klassiker Ohne Witz Lichtschalter Lichtschalter Alter Ey Kurz durchatmen Alter Das war da so pervers gemacht Alter Flatternde Schrecken Seid still Konstantes Flattern Fressen andere Ratten Was Was ist das für eine verwirrende Message Auf jeden Fall unsere Frau Hat irgendwie Verbrennungen oder so Und musste zum Arzt Und wir haben uns irgendwie tausend Meinungen vom Arzt Eingeholt Und ein psychologisches Problem Liegt wahrscheinlich vor Aber die wollten so sagen Ja Das ist alles ganz normal Was ihre Frau hat Und wir sind jetzt zu Einem Urteil gekommen Ich glaube Ja Das alles okay sei Habe ich jetzt so Verstanden Aber Ich würde mal sagen Es ist gar nichts okay Ey Keine Ahnung Ey Junge Hau ab Hau ab Ey Ist das pervers Vor allem wenn du zu dem Scheiß noch kommentierst Oh mein Gott Oh mein Gott Mach das fucking Licht an Oder war das an Ey dieser Raum der ist so eklig Naja sterben kann ich ja davon nicht Naja sterben kann ich ja davon nicht Also ich meine jetzt Im echten Leben Ha Oder Was liegt da Ist das Wein Hoffnung ist der Hoffnung tötet den Geist Alles klar Okay jetzt ist abgeschlossen Ja und wir gehen wieder in den schönen Fahrstuhl rein Begeben uns Zum nächsten Abenteuer Haha Oh man ich hab so keinen Bock gerade Irgendwie schon Aber das ist so Weißt du mit gespaltener Meinung Geht man an diesen An diese Sache heran Na So jetzt funktioniert es doch Einfach weil Boah erstmal die Decke checken Nicht dass da irgendwas klebt Unsere Frau oder so Wie so eine Fledermaus Ach Mensch Das ging ja schnell Ja man möchte irgendwie weiterspielen Aber man möchte Irgendwie es auch sein lassen So wir haben wieder was zum Lesen Das beruhigt uns erstmal Jedenfalls rate ich dir als deinen Anwalt dazu Von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen In anderen Worten Mach nichts Dummes Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen Glaub mir Äh glaub es mir oder nicht Ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser ihr Mach es nur bloß nicht noch schlimmer Tauch eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen Wir können es zu unserem Vorteil nutzen Dich als Opfer des Systems darzustellen Ein trauernder Ehemann Ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit Ein übereifriger Bürokrat Vertraue mir Das ist unsere beste Option Wenn man bedenkt was du alles in der letzten Zeit durchgemacht hast Würde ich meinen Wir haben eine 50-50 Chance Auf einen guten Ausgang Aber nicht Wenn du weiterhin versuchst Alle davon zu überzeugen Dass du total übergeschnappt bist Keine weiteren Wutausbrüche Kein weiteres Herumziehen Oder noch besser Überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr Du kannst Deine Tochter immer noch Punkt, Punkt, Punkt Oh, okay Ich habe den Briefen jetzt gelesen Gib die Hoffnung auf Solange du kannst Ja, wir haben den Brief jetzt gemeinsam gelesen Beruhigt habe ich mich jetzt nicht Ja, Mensch Der Raum ist ja Sehr sinnvoll Ich habe den Briefen